Musik 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 Ja, wir haben vor zehn Tagen hier in diesem Bereich ein ziemlich starkes Hochwasser gehabt, circa dreiviertel Meter. Komplett alles überstaut. Natürlich auch das Pumpberg da drüben mit der 1021 Radarmessung. Die ist circa zwei Meter eingestaut gewesen, war aber eigentlich kein Problem. Das hat natürlich nicht mehr gemessen, wie es eingestaut war, aber wie es wieder frei geworden ist, dann hat es wieder ganz normal gemessen. Die Pumpberg hat wieder ganz normal funktioniert. Musik Musik Der Elektroverteiler da drüben, wo man da sieht, vielleicht drei Zentimeter vor einem Hauptanschluss, was Hochwasser hat es Gott sei Dank nicht drüber gestaut, das hätte man dann sicher einen Ausfall gehabt. Musik Und es ist sehr einfach zu bedienen, einfach braucht man nichts tun, weil man es einmal eingestellt hat. Und dann läuft es ein bisschen, bis zum Ende. Musik 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 Musik